Hier mal von meiner Pugel hat er einen kleinen gickerigen Hahn gehackt, einen kleinen gickerigen Gügeler, oder? Dann ist er immer zu den Nachburen über und während dem Wüber erlaufen hat er so friedlich geflattert und gerufen jetzt gehen wir noch einmal Nachburs Hühnchen packen, Nachburs Hühnchen packen! Und dann hat er auch den Nachbauer natürlich gesehen und hat gedacht, jetzt muss ich mal irgendetwas machen. Dann hat er über einen Meter lang ein Stromkabel gesetzt und hat es unter Strom getan. Am nächsten Morgen kommt er wieder der Gügeler raus, oder? Und geht wieder nachburs Hühnchen packen, nachburs Hühnchen packen! Dann steht er auf den Stromkabel und alle Federn verspickt ihn. Vödelblut ist er da eingestanden und dann schaut er sich so an und sagt, dass er die jägerlich bei der mene Födelblut peinonia! Födelblut peinonia! Födelblut peinonia! Födelblut peinonia! Födelblut peinonia! Födelblut peinonia! Födelblut peinonia!